hallo hier ist der martin von meinem bank ist das die tagsanalyse für nun montag den 14.11.2022 damit müssten wir auch in die november verfallswoche rein starten wenn ich das jetzt hier richtig sehe genau am freitag wäre dann wieder kleiner verfall der letzte vorm großen dezember verfall der jetzt dann noch mal relativ entscheidend oder ziemlich ziemlich wichtig dann relativ viel geld platziert wird auch was zum jahresverlauf sage ich mal alle die sich irgendwie für die ukraine krise irgendwann im laufe des jahres versucht haben zu wappnen nehmen gerne auch mal so optionen die dann in dezember reingehen dann hat man immer ein bisschen puffer drei sechs sieben acht neun monate um quasi die kompletten folgen auch abzufangen vielleicht auch schon erste technische gegenbewegung mit abzufangen und von daher dürfte dort relativ hohes interesse dieses jahr auch wieder zu finden sein und unser dax hat hier weiter versucht die jungs alle abzuschütteln die ihn begleiten wir hatten darüber gesprochen über den freitag über meine erwartungshaltung ich hatte euch geschrieben dass ich davon ausgehe dass wir vielleicht sogar so im bereich um 250 270 eröffnen und das ist sehr typisch für unseren dax wäre wenn er dann einfach so komplett träge seitwärts abklickert nach unten und das auch durchaus bis tagesende durchziehen kann das hat er zumindest für den halben tag gemacht für dreiviertel tag und hat sich dann aber hinten raus noch mal gut nach oben schieben können man hat das auch bei den amerikanern ein bisschen gesehen die hatten nach relativ großen drang noch nach oben potten ja wahrscheinlich shorts rauszudrücken und grönt dass dann quasi nicht halten dass es tief geschlossen hat hat jetzt nicht wirklich viel geschafft deutlich auch an bewegungsdrang verloren an bewegungsdynamik verloren wirkt er noch mal sowieso ein raus drücken einfach von shorts es war noch kein richtiger rücklaufen also ich würde es nicht als rücklauf werden wirkt aber doch sehr verhalten so dass ich mir eigentlich zum montag nicht vorstellen kann dass er jetzt deutlich eskaliert sollte sich aber gut machen und auch wirklich stabil stabilität zeigen auch willen zeigen schöne grüne kerzen zeigen druck nach oben zeigen wäre als nächstes dann mit dem erreichen von 4 45 und 14600 zu rechnen und sind die nächstgrößeren zonen auf der oberseite ich glaube die feile hatte ich erst gestern eingezeichnet nach dem also für den freitag nachdem wir die analyse eingesprochen haben für die geschriebene analyse glaube ich zumindest bin ich mir sicher ob wir es gemeinsam gezogen haben aber so in etwa könnte es mir vorstellen sollte er sich aber direkt zurück verkrümeln auch jetzt am montag ähnlich reagieren wie am freitag kleines aufwärtsgebring und dann abverkaufen glaube ich werden wir erst mal in den rücklauf gehen der wird wahrscheinlich im bereich um 14 100 bis 14.000 erst mal münden gar nicht deutlich tiefer kommen von dort dann erstmal wieder rück zurück in die mitte irgendwie und dann wird sich entscheiden reicht das schwung holen schon um wieder richtung der nächsten ziele zu arbeiten 14 600 und höher bei 14 800 und mehr oder ob er dann wirklich erst mal ein bisschen ausgiebiger zurückkommt was ich mir bald am ehesten vorstellen könnte er hat jetzt erst mal hier gut was an pulver verschossen schurzkis ist ganz klar da gewesen hat auch glaube ich mehr als sein ziel erreicht also da dürften einige rausgeklopft wurden sein viel mehr muss er gar nicht mehr bringen das heißt in dem moment wo er jetzt anfängt einzudrehen dürfte man durchaus mit ja 13 900 bis vielleicht sogar 13 700 im rücklauf dann auch erst mal wieder rechnen ja gucken uns das im tageschart jetzt hier nochmal an dort ist er natürlich noch auf dem trigger bestätigt den auch sieht auch hier gut aus das haben wir gestern schon gesagt das haben wir letzten analyse schon gesagt er ist hier voll auf druck deswegen mit short immer ein bisschen aufpassen dass man auch wirklich eine signallage für sich hat dass man auch schwäche im markt sieht und nicht gegen die hochs unbedingt gegen an kämpft ja nicht dass man einer ohne stop loss immer wieder gegenhaut weil man sagt er ist schon weit gestiegen der muss doch jetzt mal fallen auf der basis auf jeden fall nicht gerechtfertigt auch wenn es logisch erscheint und wenn es sinnvoll erscheint wir hatten uns aber gestern also im video für den für den freitag nicht gestern video für den freitag auch schon mal angeguckt wo es schon mal letztes oder vor zwei jahren so eine kerze gab als impfstoff kerze 2020 am 9 november gab es auch schon mal genau so eine kerze danach ist der mark nie wieder unter dieses tief drunter gekommen und hat einfach oben zur seite und weiter geschlagen und das muss man auch ein bisschen im hinterkopf halten saisonal starke phase und so weiter das heißt wenn er hier druckvoll bleibt weiter hoch drückt ist definitiv möglich dass der noch durchzieht bis 14 800 vielleicht sogar mehr ja ich würde es jetzt vielleicht gar nicht mal so favorisieren könnte man könnte sogar als kleinen hanging man werden hier könnte mir gut vorstellen dass der sich jetzt erstmal wieder eintritt und ja dass ich denke man ich glaube man wird montag schon 10 uhr wird man das schon näher eingrenzen können so dass man da schon sagen kann okay jetzt abflug montag dienstag erst mal in die korrektur oder bleibt dran und drückt einfach weiter ja gut mehr kann ich euch gar nicht mitgeben für mich halt auch ich glaube das habe ich auch schon für den freitag gesagt ein bisschen so eine kleine entscheidungszone hier ja wie verhält das sich jetzt würde da gerne 1 2 kerzen noch das habe ich schon gesagt dass ich für den freitag gar nicht so richtig mich festlegen würde oder festlegen könnte ich bin noch immer ein bisschen naja ich bin ich muss das schon zu sagen ich bin nicht unbedingt jetzt hier dolle motiviert noch lang rein zu ballern also untergeordnet kurzfristige long ist auf jeden fall noch dass man sagt okay der hält sich gut da probiert man noch mal der dreht schon ab hat bloß einen flachen rücklauf und jetzt zieht er wieder nach oben an dann kann ich mir schon vorstellen noch mal hoch lang reinzugehen wo ich würde jetzt hier keine langs mehr reinsetzen die ich dann zwei wochen noch halten würde dafür würde ich auf jeden fall erst mal den rücklauf abwarten wollen und den würde ich auch für den montagdienstzeit erwarten muss aber eben auch kommen muss wirklich welche zeigen aufwärts geben und abverkaufen das möchte ich mindestens sehen ansonsten würde ich einfach die finger erst mal still halten und den bisschen aus ausdümpeln lassen da okay dann mache ich jetzt hierzu wünsche euch gutes gelingen viel erfolg und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss